In diesem Video werfen wir einen genauen Blick auf den Garmin Edge 1030 Plus, einen der leistungsstärksten Fahrradcomputer auf dem Markt. Egal ob du ein ambitionierter Radfahrer bist, der seine Leistung verbessern will oder ein Abenteurer, der neue Routen erkundet, der Edge 1030 Plus hat einiges zu bieten. Was solltest du also vor dem Kauf wissen? Lass uns gemeinsam die wichtigsten Funktionen und Features durchgehen, damit du am Ende entscheiden kannst, ob dieser Fahrradcomputer der richtige für dich ist. Der Garmin Edge 1030 Plus ist ein Alleskönner unter den Fahrradcomputern. Mit seinem 3,5 Zoll großen Farb-Touchscreen-Display bietet er eine klare und übersichtliche Darstellung deiner Fahrdaten. Das Display ist nicht nur groß, sondern auch hell und gut ablesbar, selbst bei direktem Sonnenlicht oder Regen, was gerade auf langen Fahrten ein echter Vorteil ist. Apropos lange Fahrten. Der Akku hält im GPS-Modus bis zu 24 Stunden durch und wenn du noch länger unterwegs bist, kannst du den Energiesparmodus aktivieren oder eine externe Powerbank anschließen. Robustheit? Kein Problem. Der Edge 1030, wenn ihr das Produkt kaufen und testen wollt, klickt auf den Link in der Beschreibung. Wir haben den besten Angebotspreis für euch herausgesucht. Weitere Informationen findet ihr ebenfalls über den Link. Der 030 Plus ist wasserdicht nach IPX7 Standard, was bedeutet, dass Regen oder Matsch dir nicht die Tour vermiesen werden. Navigation auf höchstem Niveau. Was den Edge 1030 Plus wirklich auszeichnet, ist seine unschlagbare Navigation. Garmin hat bereits vollständige Europa-Karten vorinstalliert, sodass du sofort loslegen kannst. Die Karten sind extrem detailliert, zeigen nicht nur Straßen, sondern auch Fahrradwege und Offroad-Strecken an. Besonders praktisch ist die Turn-by-Turn-Navigation. Du erhältst also bei jedem Abbiegen eine klare Anweisung und kannst dich voll und ganz auf deine Fahrt konzentrieren. Außerdem gibt es die Trendline Popularity-Routing-Funktion, die auf Millionen von gefahrenen Kilometern basiert. Damit zeigt dir der Edge 1030 Plus die beliebtesten Routen an. Perfekt, wenn du neue Strecken ausprobieren möchtest und dich auf bewährte Wege verlassen willst. Solltest du mal von der geplanten Route abweichen, berechnet das Gerät schnell eine neue Strecke, damit du immer den Überblick behältst. Leistungsdaten und Trainingsfunktionen. Für alle, die ihr Training ernst nehmen, ist der Garmin Edge 1030 Plus ein echter Game-Changer. Du kannst ihn mit einer Vielzahl von Sensoren verbinden, darunter Herzfrequenzmesser, Kadenz- und Leistungsmesser, um detaillierte Daten zu sammeln. Der Fahrradcomputer berechnet sogar deinen VO2 Max und gibt dir Erholungsempfehlungen. So weißt du genau, wann du bereit für die nächste intensive Einheit bist. Besonders spannend für Bergfahrer ist die ClimbPro-Funktion. Sie zeigt dir bei Anstiegen in Echtzeit, wie viel du noch vor dir hast, sodass du deine Kräfte optimal einteilen kannst. Darüber hinaus liefert der Edge 1030 Plus tiefe Einblicke in deine Leistung, indem er deine FTP, funktionale Schwellenleistung und andere fortgeschrittene Radfahrmetriken analysiert. Smarte Funktionen für unterwegs, der Garmin Edge 1030 Plus ist nicht nur ein Fahrradcomputer, sondern auch ein smartes Gerät, das dir unterwegs hilft, vernetzt zu bleiben. Du kannst Anrufe, SMS und andere Benachrichtigungen direkt auf dem Display empfangen, ohne dein Smartphone aus der Tasche holen zu müssen. Das ist besonders nützlich, wenn du in der Gruppe fährst oder wichtige Nachrichten erwartest. Ein weiteres Highlight ist die Live-Tracking-Funktion, mit der du deine Position in Echtzeit mit Freunden oder Familie teilen kannst. Sie wissen also immer, wo du dich befindest. Und sollte mal etwas schief gehen, ist die Unfallbenachrichtigung ein echter Sicherheitsvorteil. Im Fall eines Sturzes wird automatisch eine Nachricht an vorher festgelegte Notfallkontakte gesendet, damit schnell Hilfe geholt werden kann. Ist der Garmin Edge 1030 Plus der richtige für dich? Nachdem wir all die beeindruckenden Funktionen durchgegangen sind, stellt sich natürlich die Frage, ist der Garmin Edge 1030 Plus der richtige Fahrradcomputer für dich? Wenn du regelmäßig lange Touren machst, gerne neue Wege erkundest oder ambitioniert an deiner Fitness und Leistung arbeitest, ist dieses Gerät eine ausgezeichnete Wahl. Die umfassenden Navigationsmöglichkeiten, die detaillierten Leistungsdaten und die smarten Funktionen machen den Edge 1030 Plus zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle, die das Maximum aus ihren Fahrten herausholen wollen. Natürlich gehört der Edge 1030 Plus nicht zu den günstigsten Geräten auf dem Markt, aber für das, was er bietet, ist der Preis gerechtfertigt, besonders wenn du regelmäßig und intensiv fährst. Falls du nur grundlegende Funktionen benötigst oder ein Einsteiger bist, könnten Modelle wie der Garmin Edge 530 oder 830 eine kostengünstigere Alternative sein. Das ist alles, was ich heute für euch habe. Vielen Dank, dass ihr mir in diesem Video gefolgt seid und ich hoffe, dass ihr diesen Beitrag hilfreich fandet. Wenn ihr Fragen habt, dann hinterlasst sie unten in den Kommentaren. Ich liebe es, von euch zu hören. Wenn dir meine Inhalte gefallen, vergiss nicht, den Like-Button zu drücken, um deine Unterstützung zu zeigen und mich zu abonnieren, um mehr informative Reviews zu sehen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns später. Cheers!